Ich kann Ihnen nicht helfen, Robert, wenn Sie sich nur selbst bemitleiden. Okay, okay, was wollen Sie hören? Dass ich mein Leben hasse? Ich bin ein Witz für meine Kollegen und ein Ärgernis für meine Vorgesetzten. Haben Sie deshalb angefangen, ein Doppelleben zu führen? Ich wollte nur mal etwas Verbotenes tun. Haben Sie Ihre Frau betrogen? Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Sie sind Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Diese Typen waren wahnsinnig. Es war der Hass auf das Angepasstsein, der uns verbannt. Sehen Sie denn nicht, dass dieses Verhalten ein letzter Hilferuf Ihrer Psyche war? Endlich konnten wir was tun. Aber Sie haben nichts getan. Sie sind auch ein weiterer Alltagszombie. Ich habe gedacht, Sie wollen mir helfen. Sie wollen doch gar nichts ändern. Hören Sie endlich auf damit! Ich will nicht mehr in die Wahrheit sein! Wer willst du sein? Wer willst du sein? Gerne Engels Vielen Dank.